Der antike Arzt Hippocrates sagte einst, alle Krankheiten beginnen im Darm. Und obwohl dies vielleicht nicht ganz stimmt, beginnen viele der heute am weitesten verbreiteten Gesundheitsprobleme im Bauch. Einschließlich Autoimmunerkrankungen, mental-psychische Störungen, schwaches Immunsystem, Herzerkrankung, Diabetes Typ 2, Hautbeschwerden, Gewichtszunahme und Fettleibigkeit, Sodbrennen, Verstopfung, Durchfall und Asthma. Und wenn Sie einer der Millionen Menschen sind, die mit diesen Problemen leben, sind eventuell Toxine und Parasiten verantwortlich. Es ist allgemein bekannt, dass überall giftige Toxine lauern und wenn sie sich in Ihrem Körper anhäufen, sie eine Vielzahl von Problemen verursachen können, einschließlich Durchfall, Niesen, Husten, übermäßiges Urinieren, Schnupfen, Lungenstauung und Erbrechen. Toxine befinden sich in Ihrem Trinkwasser, in Ihrer Atemluft. Sie können oft in Ihrer Nahrung nachgewiesen werden, insbesondere bei Nicht-Bioprodukten, die mit Pestiziden behandelt wurden. Und Sie können über Ihre Haut in Ihren Körper eindringen, wenn Sie Hautpflegeprodukte verwenden, die toxische Zutaten beinhalten. Parasiten sind nicht so häufig wie Toxine, aber sie sind stärker verbreitet, als Sie vielleicht denken. Studien legen nahe, dass zurzeit bis zu 40 Prozent der Europäer an Magen- und Darmparasiten leiden könnten. Und wenn Sie mit Bauchschmerzen, Durchfall, Übelkeit erbrechen, Blähungen, Völlegefühl und Müdigkeit leben, könnten Sie mit zu dieser Statistik gehören. Und Sie müssen nicht einmal in fremde Länder reisen oder ungewöhnliche Speisen zu sich nehmen, um sich mit Parasiten anzustecken. Tatsächlich befinden sich die vier am weitesten verbreiteten Wege, sich einen Parasiten einzufangen, in Ihrer unmittelbaren Umgebung. Und zwar, wenn Sie erstens kontaminiertes Wasser zu sich nehmen, einschließlich dem Kontakt mit Wasser in Schwimmbädern. Zweitens kontaminiertes Essen zu sich nehmen. Unzureichend gegarter Fisch, Krabben und Weichtiere sind die am weitesten verbreiteten Parasitenquellen bei der Nahrung, wenn diese in Einrichtungen mit mangelnder Hygiene zubereitet werden. Drittens Gefahr durch Insekten, insbesondere Zecken. Zecken übertragen nicht nur Beurelose, diese können Sie auch mit Vibriose infizieren. Einem Parasiten, der die roten Blutkörperchen beeinträchtigt und Anämie verursachen kann. So wie viertens über Tiere und Haustiere. Und wenn Toxine und Parasiten in Ihren Körper eindringen, ist eine schlechte Gesundheit die sichere Folge. Aber was können Sie tun? Ernährungswissenschaftler und Ärzte stimmen überein, dass der Beginn mit einer Reinigung höchste Priorität hat und Ihre beste erste Verteidigung darstellt. Schauen Sie, Ihr Körper besitzt mehrere Organe, die dabei helfen, Ihre Systeme zu entgiften. Aber aufgrund der bloßen Anzahl an Parasiten und Toxinen, mit denen wir täglich in Kontakt kommen, können diese Organe überfordert sein. Wenn Sie sich reinigen, verschaffen Sie Ihnen einen Vorteil bei Ihrem Kampf. Das beste derzeit erhältliche Reinigungsprodukt Unicity Cleanse. Unicity Cleanse ist ein komplett natürliches Produkt mit lang erprobter Effektivität, welches von Gesundheitsfachleuten auf der ganzen Welt empfohlen wird. Stellen Sie es sich vor wie einen Ölwechsel für Ihren Körper. Unicity Cleanse beinhaltet vollständig natürliche, reinigende und verdauungsfördernde Gesundheitsprodukte, um Toxine, Rückstände und Parasiten zu neutralisieren, zu verdrängen und aus Ihrem Körper zu entfernen. Das System umfasst drei fantastische Produkte. Unicity Life Fiber, Unicity Paraway Plus und entweder Unicity Nature's Tea oder Unicity Aloe Vera. Zusammen wirkt das System wie eine sanfte Bürste, die Ihr gesamtes Verdauungssystem reinigt und Ihr Wohlbefinden wiederherstellt. Also, wenn Sie bisher mit Magen- und Verdauungsproblemen gelebt haben, könnten Toxine und Parasiten durchaus die Ursache sein. Tatsächlich sind sich die meisten Experten darin einig, dass man alle drei bis vier Monate eine Reinigung durchführen sollte. Wenn Sie also in der jüngsten Zeit keine Reinigung durchgeführt haben, empfehlen wir Ihnen wärmstens, Ihre Reise mit unserem langzeitbewährten Unicity Cleanse zu beginnen. Fragen Sie die Person, die Ihnen diese Informationen zugetragen hat, wie Sie heute eine einfache, effektive Reinigung mit Unicity Cleanse beginnen.